Ich sag so, wenn wir das nicht gewinnen, spiel ich nie wieder Fortnite, nie wieder. Ich schwör, ich spiel auch nie wieder, ich nie wieder im ganzen Leben. Und ich schmeiß meine PS4 aus dem Fenster. Ich bin tot, Sam. Er ist Sam, Sam, ist Sam. Ich muss meine PS4 aus dem Fenster schmeißen. Leute, was macht ihr denn so in der Quarantäne? Genau, was macht ihr denn so? Schreibt doch einfach mal rein. Zocken, schreibt der erste. Zocken, war so ein Zocken. Backen, Mann. Ist Juli noch da, oder? Ist ja eingeschlafft. Ich weiß nicht, oder? Ich bin noch da. Okay, Jungs, ein Team. Wo landet ihr? Ich lande hier vorne. Ich gehe blau. Ich bin in Attack, es ist Wahnsinn. Den lasse ich mir nicht nehmen. Der Chess. Ich habe zwei Jungs, keinen Stress. Waren die besten Spieler. Ja, Portsen. Hey, Sam. Der Jungs, aber da hinten. Ich weiß nicht, dann. Da hinten waren bei Mitch, waren auch noch normale G, ne? Mitch, hier, deine Pumpte. Ich habe, ich habe. Ich habe, ich habe. Bist du wirklich so krank? Jule hört man halt nur atmen. Leute, wir wollen jetzt nochmal den Win. Jungs, lasst uns mal jetzt voraussteppen und hier irgendjemand angreifen. Ich kriege hier die Krise gleich. Ey, Jule. Ja, dieses Spiel geht mir auf die Nüsse langsam. Warum denn? Lass uns jetzt mal hier was machen. Ja, ich schlafe hier wirklich gleich ein. Du bist jedes Mal tot, wenn wir einen sehen. Was willst du denn? Ja, ich sammle irgendwelche Waffen ein, dann laufe ich zu irgendwem und dann bin ich tot, Junge. Ja, ja, ja. Ich laufe jetzt voraus. Ich mag das. Sam, wir beide sind die einzigen, die hier Gas geben und wirklich heißen. Wir holen jetzt zusammen den Win und dann ist da alles. Oh, da höre ich Schüsse. Ich habe ich. Auf wen schießt du? Auf meine Mine. Jule, ich habe einen Biggie für dich. Oh, would be great, man. Ich habe noch einen Mini auch. Jungs. Wo diese Agents hier sind welche? Nee, Jule. Aber das sind auch Bots, ne? Das ist aber eklig, da zu kämpfen wegen den Bots. Aber Jule, okay, dann nehme ich jetzt die aus dem Biggie mit. Komm mal ran hier. Jule, nimm doch erst mal Jule. Dann zückst du doch mal ein bisschen mit mir rum, ja. Perfekt. Nein, Leute, ich bin im Baum gelandet. Das willst du nicht. Ach, mein. Ja, es ist krank. Ah, nee, alles gut. Ich habe es easy gemacht. Okay, komm, rein da. Ich habe zwei Jabfits. Pass auf. Ich platziere hier eins und dann fliegen wir erst mal hoch. Ey, das ist ja so unnötig, was du was machst. Warum? Ich kann einfach eine Treppe bauen. Ich bin mir. Ich bin mir. Hier unten Mitch. Unter uns, direkt unter uns. Da ist One-Shot. Äh, also kein Blue-Life mehr. Einer One-Shot hier bei mir, ich hab einen, aber hier sind zwei Teams, Junge, einer fährt mit Boot, glaube ich, weg, einer kommt hier, einer ist hier, ach du Scheiße, hier unten kommen auch noch welche Leute, Alter, was hat der für Waffen, oder? Wohl mal, Jule, ja, äh, bau mal, oder schieß mal, Jule, hier, hab einen, nein, ich bin runter, Jule, hier bei mir, 66, hab den, hinter uns, Schone kommt gleich, ne, Schone kommen auch welche, hä? Jungs, von Daten kommen auch welche, von, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, ja, wir müssen in die Zone gehen, runter, ja, oder wir nehmen das eine, nein, da kommen welche her, da kommen welche her, okay, mach Jumpe, mach Jumpe, wir sind gar keine, da längst, ja, die kommen, wir sind auch hier, das sind Bots, oder? Nein, 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 ich wusste es doch, die werden gepusht von mir, wann das? Ja, wir müssen, Jumpe, 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 in die Zone, in die Zone, ganz vorne, der selecten Neues sind, würde ich sagen, oder sollen wir warten, nein, stell hin, stell hin, die werden halt jetzt genau auch hier landen, ja, einer ist ganz woanders wieder, nee, ich wollte, scheiße, da sind solche Leute, ja, die haben die, ach, beim Loot droppen, Jule, komm hier, hallo, wer ist, ne, hab's, wirklich niemand, wir müssen zusammen bleiben daher wenn wir hier wieder überrollen das erst mal nach außen und dann von außen rein da wo seid ihr denn schon wieder die kämpfen hier denn warum kommt ihr wir haben doch gesagt wir gehen an den rand ihr seid so krank ich hab geguckt wir gucken ein bisschen kein schild das ist es nämlich das ist es nämlich hab ein ich hab kein bock ich hab wirklich also macht ihr euer ding nein nein ich gehe jetzt hier hoch ich warte einfach mal ganz locker weil er durch die hose das wird alles gut aber ja das ist nämlich das problem was wir hier eben angesprochen haben aber das waren doch die die ich eine gehült hatte das ist one shot one shot one shot ja aber bitte ja das ganze map ist one shot man trifft wirklich einmal hab einen man trifft einen dann sagt er one shot ich habe noch ein und wieder hoch da besser ist es nicht hoch da langsam wir brauchen wir mit minis ich sehe deine heimlichen tricks ich sehe deine heimlichen tricks er stört durch die zone und dann geht er hoch er ist tot ist tot ist tot mit macht doch alles da haben wir es da haben wir es da haben wir es da haben wir es alle geholt hier das ist geil von dir das ist wirklich geil mit da wird auch einfach sein mood einfach mal ausgepackt lass mal direkt in die zone geil jungs lass uns mal mit den anfreunden das ist ein stream sniper hey skybase leute ey lasst sie neben lasst sie neben die schießen die ganze wende runter die schießen extra daneben mal gucken was die machen ich sag so wenn wir das nicht gewinnen spiel ich nie wieder fortnite nie wieder ich schwöre ich spiel auch nie wieder ich nie wieder im ganzen leben und ich schmeiß meine ps4 aus dem fenster ja ich schwöre ich hab so lange skybase nicht mehr gesehen aber es ist so geil das ist so ein oldschool feeling alter ey sollen wir jetzt mal hoch zu den bauen mal gucken was die machen ich mach mich jetzt hoch zu den ich bleib hier unten ich hole den Wind geil ich baue hoch geil das sind zwei jungs ich freute mich mit denen an ach da ist der erste schon runtergeschossen und beleben sofort jetzt kommen sie runter die kommen runter die kommen jetzt runter die kommen jetzt runter ja ja ich schwöre ihr wollt mich verarschen nein 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 ey Kai warum mach du von da mach du von da ich bin auch noch 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 da Ich muss meine PS4 auf den Fenster schmeißen. Ey Sam, ich glaub's, er ist... 2 gegen 1, 2 gegen 1, es ist vorbei. Bitte Sam, bitte. Nein. Ich hab den Win, Leute! Ja, nein, bitte! Ey, du kranker, kranker Typ. Jungs, danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir werden es die Tage wieder machen. Wir machen es die Tage wieder. Danke für den Support, Leute. Eure Yves Nannas. Und ja, Leute, wir sehen uns. Es ist die Tage. Gut gekickt. Es bleibt gesund, die Streuner.